Der Fruchtplatz ist vor ca. einer Stunde geplatzt, gesprungen. Jetzt spürt sie wieder ein bisschen stärkere Wehen. Ja, die Wehen sind jetzt sehr stark momentan. Und ja, ich bekomme dann ein bisschen so ein Mittel, das nicht so stark ist, der Schmerz. So stark habe ich es noch nie gehabt. Es tut weh, ich habe schon so weh, so stark weh. So, jetzt habe ich kein Weh momentan. Ja, jetzt spürst du. Jetzt kannst du lachen, bis du ja, 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 jetzt mal schon lachst du. Sehr gut wirken, ne? Das erste Mal habe ich Schmerz. Und jetzt wieder lachen. Das ist Emotion Achterbahn. Das ist Emotion. Untertitelung des ZDF, 2020